Hey, hört mal her! Diese junge Lady hier läuft den Marathon mit. Also trinkt eine Runde weniger und spendet was für eine gute Sache. Hey, ich werde an der Ziellinie auf dich warten. Und da halte ich ein fettes Schild für dich hoch! Mehr als 27.000 Läufer sind beim heutigen Boston-Marathon dabei. Entschuldigung, ich suche nach Jeff Bauman. Du solltest wissen, es gab eine Explosion. Und deine Beine sind weg, Alter. Es tut mir leid. Du kannst nichts dafür. So, Jeff, wir nehmen jetzt die Verbände ab. Alle wollen dich gerne sehen. Er ist ein wahrer Held, mein Sohn. Wie fühlen Sie sich, Jeff? Was machst du gerade? Ich rede mit dir. Was machst du gerade? Ich tanze. Du musst deiner Familie sagen, was mit dir los ist. Jeff! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ihr versucht, einen Helden aus mir zu machen. Hört mal her! Oprah kommt zu uns! Oh mein Gott! Es tut mir leid. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht! Ich habe meine Familie aufgegeben, aber das hier gebe ich nicht auf. Ich kann das nicht! Ich kann es einfach nicht! Wieso willst du mich überhaupt? Sie haben der ganzen Welt gezeigt, dass sie uns nicht brechen können. Was sie auch tun. Ich wollte mich bei ihnen bedanken. Die ganze Welt schaut auf dich, Junge. Es gab eine Zeit, da wollte ich einfach aufgeben. Aber jetzt will ich die Welt wieder von oben sehen. Der Schmerz wird bleiben. Ich will einfach nur... ...leben. ... Untertitelung des ZDF, 2020